ich bin heute hier im wald von schauenstein unterwegs und habe gedacht ich nehme euch einfach mal mit in der letzten zeit war ich sehr häufig in der region on tour und bläderweise habe ich immer erst danach gedacht mensch das wäre vielleicht für euch spannend gewesen mich doch mal bengler zu begleiten und deswegen wollte ich das halt einfach mal ausprobieren ja das welcher herzlich willkommen zu der ersten short story zum ersten short geschichtler in dem wir uns ein bisschen mit kleinigkeiten aus der heimatkunde und landesgeschichte beschäftigen wollen hier im wald bei schauenstein in der nähe der sogenannten lesten oder schreibersmühle da gibt es ein ganz besonderes relikt der industriekultur zu bestaunen und zwar diesen tollen kanal den du im hintergrund sehen könnt jetzt fragt man sich natürlich was hat es mit dem ding auf sich die lestenmühle selber existiert bereits seit dem 17 jahrhundert als mahl und schneidmühle ehe dann um 1900 zwei sächsische kaufleute die glorreiche idee hatten nebendran eine pappenfabrik zu errichten sollten aus holz vorprodukte für die papier und pappen produktion in sachsen hergestellt werden weil für diese gigantische fabrik allerdings der kleine lestenbach nicht genügend wasser liefern konnte haben sie sich dazu entschlossen diesen riesigen kanal bauen zu lassen von italienischen gastarbeitern die man dann immer zeitlang auch in schauenstein untergebracht hatte von hier aus ist noch das wasser über gigantische röhren fallrohre runtergeleitet worden in das turbinenhaus der fabrik wo dann eben mit hilfe der wasserkraft elektrizität produziert worden ist und die maschinen angetrieben wurden leider ist dieser kanal die in meiner angst schon wirklich wo wahnsinnig beeindruckend ist nicht sonderlich gut gebaut gewesen schon zwei jahre nach der betriebsaufnahme der fabrik war der dermaßen leck und undicht dass mehrwasser rausgeflossen ist als in die fabrik geleitet werden konnte und deswegen hat man sich dann eben dazu entschieden sehr relativ schnell wieder stillzulegen bis heute erhalten geblieben ist dieser beeindruckende kanal den ihr euch auch einmal anschauen könnt wenn der vor der lestenmühle bei schauenstein aus den museumsweg entlang lauft in den wald hinein und dann kommt der kleine tipp von mir lauft den weg nicht komplett entlang sondern sobald er in den wald abgebogen seid und das steil berg auf geht lafter immer schick rot aus weiter da beginnt neben dem wanderweg so eine kleine furche und wenn du diese furche entlang geht dann kommt direkt zum ehemaligen überlauf dieses beeindruckenden kanals der euch direkt hinführt zu den bis heute gut sichtbaren spuren der weg selber geht zwar am kanal vorbei aber blöderweise ist er doch schon ziemlich verfallen so dass man fast nicht mehr erkennen kann ich wünsche euch viel spaß beim entdecken und freue mich darauf euch beim nächsten short geschichte wieder begrüßen zu dürfen macht's gut dabei ade service